Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Mein Name ist Victor Krüger, ich bin 49 Jahre alt und komme aus Graz in Österreich. Eigentlich komme ich aus dem sportlichen Bereich. Ich war lange Zeit im Ausland, sieben Jahre in Amerika, drei Jahre in Japan. Und in Japan habe ich meine erste Filmerfahrung gemacht. Da war ich der Bodyguard des Yakuza-Kings im Film Zero Woman. Und jetzt bin ich professioneller Schauspieler. Ich hoffe, Sie demnächst persönlich kennenzulernen. I hope to see you in person in the near future. Domo arigato gurumashta.